Guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Stream, Doom Eternal. Ich wollte eigentlich noch ein paar Slayer-Tore machen von den Missionen davor, aber es kann sein, dass ich jetzt erst weiterspielen muss. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ah ja, hier haben wir gestern aufgehört bei dieser wunderschönen Kulisse. So, schauen wir uns mal um. Jetzt muss ich erst wieder reinkommen. Ist das eine Halluzination? Warum hängen meine Arme so noch unten? Hellwurdig. Was? WTF? WTF? Hatten wir jetzt einen Flashback? Dann laufen wir doch mal direkt hier rein. Geht nicht. Na gut. Hallo, willkommen zurück, Raffi. Und herzlich willkommen an alle, die neu dazu geschaltet haben. Wir sind hier gerade bei Doom Eternal. Boah, hier gibt es nachher bestimmt auch einen Kampf. Das ist verdächtig leer hier. Warte mal, subscriben ist was anderes als followen, oder? Süß, danke. Jetzt war ich kurz verwirrt, weil ich dachte, hä, du folgst mir doch schon. Danke, Raffi. Hihi. Boah, das sieht gruselig aus. Sieht aus wie Bernd das Brot, nur in Böse. Ah. Doch nicht. Hahaha. Oh nein, jetzt habe ich meine Ghetto-Faust benutzt. Mann, der soll mich nicht immer so... Nein! Oh man, voll daneben geschossen. Wie kann man nur so daneben schießen? Reicht das schon aus? Oder haben wir jetzt erstmal gerade nur sein Schild gekillt? Oh, verdammt. Das geht hier wohl noch weiter? Oder haben wir es schon geschafft? Das war es wohl mit Bernd das Brot. Boah. Ah! Hät es eigentlich wissen müssen. Oh nein, 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 nein. Schnell, 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 schnell. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin so weit gekommen. Ich darf jetzt nicht sterben. Bin ich jetzt einmal gestorben? Kann sein, dass ich extra Leben hatte, oder? Und dass ich es deswegen geschafft habe. Habe ich es geschafft? Oder ist er immer noch am Start? Alter. Einfach nur Fleisch-Gulasch. Ja. Satz mit X. Das war wohl was. Hat sich nicht gereimt, ne? Herzlich willkommen an alle, die jetzt dazu geschaltet haben. Heartly welcome to Doom Eternal. Oh doch. Okay. Eliminiert. Sehr gut gemacht. Die erholen sich auch immer wieder, ne? Ja, ich glaube. Wir lassen uns einfach killen und laden nochmal mit neu. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt nicht aufgeben hier. Warum baut er wieder sein komisches Schild auf? Ey, das gibt's nicht. Bla, bla, bla. Das macht keinen Spaß. Das war sowas von gut. Wieso denn fehlgeschlagen? Ich war doch mega gut. Ihr habt's alle gesehen. Ich hole mal geschwind, was zu trinken, aber nicht gleich wieder für euch da. Mann, ich dachte wirklich, für eine Millisekunde, dass ich's geschafft hätte. So, jetzt noch einmal. Mal. Mal. Kritischer Schaden. Ja! Geschafft! Oh Gott! Wie viele Versuche waren es? Zwei? OMG! Ich raste aus. Oh, finally! Yes! Was hat sich geöffnet? Ach du Scheiße! Habe ich genug Luft unter Wasser? Das wäre jetzt eher eine interessante Frage. Ich will mal Luft schnappen. Warum? Ach, ganz ehrlich. Deswegen. Äh, okay. Deswegen hatte ich vorhin, ähm, gab es die Möglichkeit, diesen komischen Anzug da zu holen. Okay. War das also richtig, was wir gemacht haben? Okay. Krass, dass man in dem Spiel sogar schwimmen kann. Da ist eine Kletterwand. Da ist eine Kletterwand. Warum ist die hier nicht eingezeichnet, diese Kletterwand, bitte? Vielleicht komme ich da später hin. Das ist halt immer so doof. Man weiß es nicht, ob man später hinkommt oder nicht. Und, kommen jetzt hier Monster? Kann ich unter Wasser schießen? Nein, okay. Das heißt, hier muss ich tatsächlich nur steuern. Boah. Aha. Es steht geschrieben, dass dein Hass auf die Dämonen den Volk verarschen, denn nur Hoffnung gab. So wie jetzt auf der Erde. Hallo? Ja, der Soundcheck ist echt cool. Was ist denn jetzt aufgegangen? Warum zeigt der mir denn nicht, was jetzt aufgegangen ist, frage ich mich. Eigentlich müsste man sich echt so eine Komplettlösung daneben legen, wenn man so richtig gar nicht mehr weiterkommt. Ist das hier ein Bug? Ist das ein Bug? Das ist ein Bug, oder? Leid. Danke. Danke. Ja, danke. Stärke brauchen wir. Ich weiß immer nie, wer hier gut und wer böse ist. Ehrlich gesagt. Der hat immer so Flashbacks und... Ja, die haben alle Angst. Aber sowas von. Oh, jetzt habe ich so... Krasse Fäuste. Okay. So, jetzt brauche ich eure Hilfe. Wie komme ich an die Batterie ran? Erstmal muss ich hier wieder irgendwie rausjumpen aus dieser Falle. Hier leuchtet bestimmt irgendwo auch irgendwas versteckt in grün. Weil wenn ich jetzt an der anderen Stelle weiterspiele, komme ich hier nicht mehr hin. Jetzt habe ich da hinten noch nicht mal alles angeguckt. Und jetzt bin ich direkt in die Kampfarena reingerannt. Ne, das machen wir heute nicht mehr. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ciao, Kakao. Wuhu. Wuhu. Bis zum nächsten Mal.